So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands 1. Und ja, wir waren hier beim letzten Fragment stehen und ja, jetzt erledigen wir das mal. Oder wir versuchen wirklich, die Bissung zu erledigen. Und ja, mal gucken, was uns so schon ein bisschen war. Also, rechts unter der Karte steht auf jeden Fall, Banditenstreifen ausschalten 0 von 4, Tor infiltriert und Bayern flanked getötet. Ähm, ja, dann werden wir mal gucken. So. Da haben schon die ersten, die getötet werden. Natürlich kein Problem. Wir sind ja mittlerweile auch noch 34. Äh, naja, dann gelacht, ne? Aber natürlich kein Problem. Okay, dass die Schilderung bei uns. Voll leer, Biss! Du hättest niemals hierherkommen! Ah! So, dann haben wir die vor allem am Eingang mal ein bisschen ausgeschrattet. Du bist gekommen, sehr gut. Nee, ich bin nicht gekommen. Schein reicht auch. Meine Männer sind ungeduldig, aber ich werde das hier auskosten, bis dein Blut den Sand durchtränkt und dein Kadaver nur noch Rackfutter ist. Also, komm her. Nein, ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, nein, nein, nein. Aber es ist gut, ich hab's gesehen. Es ist nicht gut, aber... Es ist nicht gut. Das war's. Das war's. Das erste haben wir aufgeschaltet, die zweite können wir auch machen. Das war's. Das war's. Das war's mit hier. Das war's. 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 Oh, 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 oh. Oh, Kassler! Oh! 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 Oh. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh! What a website boss, Der Wettbewerb ist aufgelostet. Schau! Das war's für heute. Oh, hier muss man gucken. Der und das kann ich vor. Der und das war's für heute. 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 Und das war's für heute. Der 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 und das war's für heute. Hans und Franz fahren hier schon schwer, aber der ist ja doch schwer. Halt hier! Es ist wieder eine Bedeutung. Geht doch. Also die Sprache packen wir mit ein. Diese Crimson Lands werden bald einen unerfreulichen Fund machen und eine bittere Lektion werden. Oh nein! 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 Das war nicht vorgesehen! Bleib dran! Hier spricht Commander Steele von der Atlas Cooperation Crimson Lands, Darpon Brigade. Zur Vorbereitung anstehender Operationen der Lands habe ich die Abschaltung des Echo-Netzwerks angehalten. Er versucht sich zu den Korps zu besiegen. Ich hätte mal vielleicht nicht unterstehen dürfen. Oh, ja! Was ist eigentlich los? Ist Stil warm? So. Da herrscht Krieg. Die Siedlung kriegt schwer was ab. Sie senden Hilferufe an Eden und alles. Aber wenn sie ECO abschalten, kann ich nicht... Das war nicht geplant. Kannst du mich sehen? Ohne das ECO-Netzwerk kann ich dich nicht sehen. Wir sind im Blindflug unterwegs. Unser Zeitfenster schließt sich. Die Kürmer kann nur alle 200 Jahre geöffnet werden. Wenn das nicht bald geschieht, sind unsere Chancen dahin. Die Siedlung für Sie liegt und schau чи ist. Die Siedlung zu folgen. Die Siedlunguerung kann nur auch mit dem Schlagern herberg die Es Rainknecht sein. was ist. Steig! Sie machen nicht. Sie werden sie vierte, und den Branche festsehen. Sie werden die Siedlung sehr, die Siedlung geöffnet werden. Sie werden nicht nach hinten. So, ich würde das Ausgabe sein müssen auf den Kabinen-Trek, ne? Nehmen wir ihn an. Wenn Sie den Koffer sind, zerigen Sie ein. Ich habe sie in den Koffer. Stop! Ja, das habe ich gewusst. Das ist Pepton. Keine Mut mehr! Keine Mut mehr! Keine Mut mehr! H-h-h-h-h! H-h-h-h-h! S-heil,頑張ck! S-heil! 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 Abdecken! Okay. Okay. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein! Bis dann! Tschau!